Halli, Hallöchen Jungs und Mädels, was geht da? Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Hextown. Ich komm da grad nicht drauf klar. Wieso lachst du? Du hast so... Hallo, sehr herzlich willkommen. Oi, oi, oi. Hallo Leute. Und herzlich willkommen hier bei Flatschi auf Flatsch am Rumflatschen. Und ja, der René, der flatscht heute wieder. Ich springe hier nämlich grad die ganze Zeit durch die Gegend und das nennt man Flatsch. Weil ich ehrlich dich erzähl, scheiße. Flatsch, Flatsch. Ich sollte aufhören. Warum liegen hier Cookies? Ist das... Äh, irgendwie... Kann das sein, dass das... Das kann sein, ja. Sieht so aus. Weil irgendwie passiert bei mir gerade gar nichts. Ja, bei mir gerade auch. Also ich setz die Blöcke hin, aber irgendwo... Oh, ja, jetzt bin ich zurückgeblackt. Bei mir nicht. Einmal komplett. Ja, bei mir ist grad alles wieder zurückgegangen. Alles, was ich grad eben schon hingebaut hatte. Oh, das ist heute... Heute ist bisschen strange, weil... Ja, heute ist wieder ein bisschen kränky. Wir nehmen ja meistens immer nur am Wochenende auf, so. Wenn wir in der Woche halt nicht so viel Zeit haben, dann. Ich fall einfach von meinem Haus runter, ey. Wie unnötig. Ich hab einen Vulkan gefunden, übrigens, ne? Okay. Oh, hä? Wo bin ich denn? Ich fall einfach in so ein Loch rein. Da oben... Da oben... Kann das sein, dass es hier irgendwie so ein Dungeon ist? Weil ich hab schon mal so ein... so ein Dungeon gesehen. Mann! Ich fall die ganze Zeit hier rein. Mensch. Oh, hier ist ein Emerald. Wo ist denn hier das Holz? Ach, genau. Ach, übrigens, die Teile, die man von den Mobs bekommt, ne? Oh, hier ist echt ein Dungeon. Ja. Diese grünen. Wenn du da Rechtskick drauf machst, dann kriegst du da halt nach der Zeit so Emerald-Pieces und daraus kannst du dir dann Emeralds machen. Wenn du da wieder Rechtskick drauf machst. Okay. Ach, du meinst diese kleinen Emeralds? Die sehen so aus wie so Mini-Emeralds. Ich hab hier so ein riesiges Lava-Dungeon gefunden, ne? Also. Und wie macht man da Rechtskick drauf? Du nimmst es einfach in die Hand und machst Rechtskick. Ach so. Ich hab hier so ein riesiges Lava-Dungeon gefunden. Ich hab nur Emeralds Schad. Jaja, die Dinger. Da musst du in die Hand nehmen und dann Rechtskick. Bei mir passiert ja nix. Wenn du nur einen hast, dann geht das auch nicht. Du brauchst ja mehr Riff. Ne, ich hab drei. Ja, das reicht auch nicht. Ist drei zu wenig? Ach so, warte. Warte, wie viel brauch ich denn davon? Ich hab noch mehr in der Kiste. Wann wollen wir dieses Lava-Dungeon hier machen? Ah. Weil es sieht echt interessant aus. Hier ist so ein riesiger Vulkan. Weiß nicht, wollen wir das nicht mit allen zusammen machen? Können wir machen, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt mit allen, weißt du? Egal, können wir irgendwann anders machen. Ich bin jetzt sowieso auf der Suche nach diesen Hexical-Dingens. Ich möchte jetzt eine richtige, richtig krasse Rüstung haben. Ich bin gerade hier halt noch am Haus am Machen. Es wird schon wieder dunkel und fängt wieder an zu regnen. Dein Ernst. Er hat doch gerade schon geregnet. Mann, wie ich das hasse. Oh, einmal reicht doch, ey. Ich hasse Regen in Minecraft. Das ist so unnötig. Gerade, wo ich mein Haus hier ausbaue, fängt es dann wieder an zu regnen. Vor allem ist es dunkel und fängt an zu regnen. Mein Dach ist offen, es regnet rein. Nichts passiert. Ja, das ist das Ding, was so viele Herzen hat. Achso, nice. Heute ist die Minecraft-Server echt am Arsch. Heute ist alles am Arsch, komplett. Es regnet schon wieder, das nervt mich. Ja, jetzt geht's wieder. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, ich weiß, musst du voll aufpassen. Achso, erst mal Sounds wieder runterdrehen. Auf 2% mittlerweile. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Ach, hier sind ja nur diese Glas-Panels. Okay. 16 Glas. Ah, ich hab ihn getötet. Scheiße. Abyss-Fragment. Was kann ich damit machen? Was ist das? Ender-Perle. Weiß ich nicht. Wow. Der voll gelohnt. So, warte mal. Ich muss jetzt erst mal hier... Ah, du scheiß Cutting. Ich muss schon sagen, eine Ender-Perle lohnt. Ich glaube, jetzt ist das ja natürlich, ne? Mit dem zu kämpfen? Ja, ist so. Man kriegt ja nicht mal eine Ender-Perle von denen, sondern nur so ein Viertel davon. Das ist traurig. Du meinst ein Shard? Das ist etwas komisch. Naja. Ich erkunde hier gerade neue Landschaften. Alter, neben mir springt gerade einfach... Es springt vor allem... Es sprengt sich einfach gerade in meinen Küper in die Luft. Das kann auch sein, dass es aber manchmal leckt, weil ich halt hier total... Also, weil ich hier alles lade. Die ganze neue Umgebung. Ja, gut. Okay, das kann auch sein. Weil wenn da komplett keiner war, dann ist eigentlich schon klar. Würde ich nicht wissen, wenn alle mal in irgendeine Richtung gehen würden. Ja, wie das denn wohl lenken wird. Das ist halt das Problem manchmal an Servern halt von Modpacks, dass es halt manchmal halt zu Dings da wummt. Zum Beispiel bei FTB, wenn du da ganz viel von diesen Engines hast, ne? Dann kann es auch richtig krass lenken. Bei uns hat es einmal beim Nitratus selber so krass geleckt, ey. Das ist schon nicht mehr feierlich. Das hat man schon nicht mehr gefeiert. Nee, das war nicht krass, ey. Also, ich habe schon wieder fünf Schatz von der Hexical. Fünf Hex... Fünf Schatz von der Hexical? Der Hexical Essenz habe ich jetzt. Fünf Stück wieder. Warte mal, baue ich da oben eine Treppe hoch? Die kann man sich einfach gar nicht merken. Ja, ist echt so. Warte mal, baue ich hier so eine Steintreppe hoch? Warte mal, was mache ich denn hier mal für einen Charakter draus? Baue ich hier eine Steintreppe hoch oder nicht? Nee, ich glaube, ich mache eine Holztreppe. Ich glaube, Holztreppe ist steilig. Steilig. Ich kann gerade sagen. Ja, so richtig mit... 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 Steilitzer. Hier ist noch eine. Also, man findet die eigentlich echt, äh... Eigentlich ganz oft. Okay, ich bin auch ganz schnell unterwegs mit meinen Cloudboots hier. So, wow, 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 ma, ey, so ein Skelett auf so einer Spinne drauf, ne? Und ich... Ich gehe gerade einfach so oben aus meinem Dach raus, ne? Und sitzen die da einfach drauf und stoßen mich erst mal von meinem Dach runter, ey. Ma, hab ich mich gerade erschreckt. Es ist nicht witzig. Es ist wirklich schlimm. Ich finde das lustig. Ja, du findest auch alles witzig. Ui, was ist denn jetzt hier explodiert? Warum siehst du hier so viele Endermänner? Endermänner. Oh, leck. Ender. Die Männer, die ändern. So. Zack. Boah, dass das so regnet, ne? Das geht mir so auf die Nerven. Hast du dich nicht geobbt? Nein, wir spielen das fair, okay? Wir spielen das fair. Wenn es regnet... Kann man nicht in irgendein... Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, ob man in irgendeiner fucking Config den scheiß Regen ausstellen kann. Das ist ja dann nicht mal richtig Minecraft, du. Ja, natürlich ist das richtig Minecraft. Wer braucht den Regen? Ich bitte dich, René. Wofür brauchst du diesen scheiß Regen? Da ist ein bisschen mehr Atmosphäre hier. Ja, ist ein bisschen mehr Atmosphäre. Ich glaube, deine Atmosphäre kann man dir mal in den Arsch rammen, René. Komm, jetzt nicht so beleidigend hier. Ja, ist doch so. Wir holen uns doch einen rein, du. Ja, komm, ich war eben bei dir vorbei, ne, René? Jetzt einmal auf die Schnauze und dann direkt wieder nach Hause. Ah, hier ist wieder so eine Blume. Jawoll. Nee, aber ist echt so. Ich weiß nicht. Also ich frag mich, wer diesen scheiß Regen in Minecraft einprogrammiert hat. Ich hab kein OP jetzt. Was ist das denn hier für ein komischer Baum? Was ist denn das hier? Da sind wieder Spawner drin, du. Ach, Göttchen. Ach, Göttchen. Ach, das ist ja aber jetzt aufgelaufen. Was ist das denn hier? Wie ist das? Oh, was ist denn los? Ja. Okay, wir machen das einfach anders. Sofort Party-Action hier am Start. Party-Marty-Harty-Rarty. Pass auf, wir machen das jetzt einfach hier so. Oh, für ein Eimer bin ich jetzt hier reingegangen. Was ist das denn hier? Wieso sind hier immer noch überall Treppen? Oh, Maga, geh doch mal weg hier mit deinen scheiß Treppen. Ich will hier was bauen, nicht Treppen. Nix Treppen. Bauen, Building, Building. Wieso lachst du jetzt? Weil ich mich drüber aufgeregt habe oder was? Oh, Roter ist, was ist das denn hier? Ist das Roter Lehm? Treppen, Treppen, Building, Building. Red Cobblestone, naja, super. Ich brauche Lehm, ich will Lehm haben. Da kann man sich so geil, kann man sich so schön... Irgendwie nach oben hochbauen ist auch irgendwie cool, ey, glaube ich. Wenn du Lehm hast, dann kannst du dir aus Lehm so Schuhe machen, womit du halt übel schnell bist. Der heißt ein Wirbel, also Weil, Wind, wie auch immer. Weiß nicht, wie er das... Wirbelwind. Ja. Ding. Bla. Wirbelwind, Ding, bla. Gute Bezeichnung. Sehr gut. Erstmal dieses scheiß 5000 Kilogramm Holz hier aus dem Inventar verbannen. Jetzt erstmal ein paar Fackeln mitnehmen. Hier sind wieder viele blaue Blumen, hier müssen doch auch wieder hier... Scheiß Regen, es regt mich auf. Warum die... Auf was hast du deinen Sound? Ich weiß sie gar nicht, auf 12 oder so? Alter, bei mir ist das dann übelst laut. Boah, geht. Aber übelst laut, ey. Obwohl, ja, doch geht, 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 doch. Ich hab meinen grad echt runtergestellt, weil ich hab meinen sonst immer so auf 20 bis 25. Ist ja eigentlich auch total okay ohne Regen. Mit Regen bloß der totale Scheiß. Boah, wenn ich erstmal die komplette Scale-Rüstung hab, ne? Nichts kann mich töten, nichts. Können mich dann alle mal am Bobbiss. Ich hab jetzt auch gar keinen Bock auf Dungeons und so, weil ich möchte die Blumen finden. Da lege ich jetzt meine komplette Konzentration drauf. Konzentration. Achso, was war das nochmal, deine Konzentration? Gibt's überhaupt? Ah, du scheiß Kack-Skeletten. Ich hasse es, wenn die Skeletten immer so mega behindert sind und einem die ganze Zeit einen Strich durch die Rechnung... Ja. Machen. Oh, Junge. Ma, Junge. Ich hab ein Village gefunden. Hallo, Village. Ma. Alter, wieso lädst du grad schon wieder Sachen nach? Hä? Was? Hast du grad schon wieder neue Biomärke? Biome erkundet. Oh, du Spasti. Er ist leck dir wie die... Ja, ich möchte die Blumen finden. Lass mich. Oh, Spinner, ey. Spastika. So, ma. Jetzt muss hier voll viel. So, äh, ma, Junge. Jawohl, noch eine. Ich baue, ich baue, ich baue nämlich gerade Dingsterbooms da ab. Wie viel brauchst du denn dafür noch? Ich hab jetzt auch keine Lust zu rechnen. Ey, und ich wette, ich wette, ich wette, du stirbst damit einmal noch. Boah, und ja, genau in dem Moment kommt dieses, kommt diese, äh, kommt diese Pixel-Polka da von, von Linksterbooms da von, äh, Incompetech. Dieses... Dieses Trolololololololied, ne? Genau in dem Moment, wo ich das sage. Ich wette, du stirbst damit noch einmal. Ich schätze, glaube ich, irgendwie noch vier Stück oder so, muss ich noch finden. Ne, aber echt, wenn du damit einmal stirbst, ne, ey, dann, ich lach dich so aus, ey, du willst dich so ärgern. Ich schwöre es dir. Bin ich eigentlich weit weg? Ja, ich bin echt voll weit weg. Nein, nein, also ich meine, wenn du, wenn du diese, wenn du diese Rüstung schon hast, dann damit stirbst. Na, dann muss ich, Mann, ja, fast gar nicht sterben hier. Ja, ich schaffe da, glaube ich, trotzdem. Ich traue das trotzdem noch zu. Oh nein. Da machen wir einmal auf hart und dann geht's ab, du, René. Hier ist, ähm, Treibsand. Ich möchte da nicht reinfallen, weil wenn ich da einmal drin bin, dann komme ich da nicht mal raus. Und das ist dann schon ein bisschen Kacke. Oh lol, hier hängt so eine Spinne einfach in meinem Fenster drin. Raus da! Vor allem in einer Folge stand einfach ein Creeper vor meinem Fenster, während ich was gecraftet habe. Und ich sehe das so aus dem Augenwinkel und stelle dann erstmal nur so fünf Sekunden an, ohne irgendwas zu sagen. Ich hab mich so erinnert. Ich hab auch mal gar nicht. Der guckt einfach durch mein Fenster wie so ein Pädobär, weißt du? Starker, Stark, Starkweeper. Ist so, ey. Das war schon ein bisschen, creepy war das. Ey, es regnet immer noch, ne? Das ist doch nicht wahr. Das gibt's doch nicht, wie es die ganze Zeit am Regnen ist. Die ganze Zeit. Ohne Witz jetzt. Ohne Spaß. Jetzt bin ich nicht mehr witzig. Dschungel, wo ich nicht... Das fand ich jetzt witzig. Witzig, witzig, wenn ich das... Du bist behindert. Finde ich gar... Scheiße! Nicht Scheiße hier, nee. Jetzt... Setz den Scheiß da hin. So. Ist das hier auch ein Village? Lol, hier ist ein Dschungel-Village. Ach, dieser Regen, ne? Ich könnte ausrasten. Geil, das feier ich. Hör auf, über den Scheiß-Dschungel-Village zu reden. Das interessiert mich. Ich will jetzt, das ist ja scheiße, auf mir zu regnen. Das will ich ja auch. Aber du brauchst mich jetzt nicht so anmachen, hier. Mann. Das nervt mich aber. Das merke ich. Oh, ich hasse Regen, ey. Und vor allem, dass wir den jetzt hier schon zweimal in dieser verkackten Aufnahme-Zeichen hatten. Für euch ist das zwar ein paar Tage Unterschied, aber für mich ist das ein paar Minuten Unterschied. Beziehungsweise ein paar Stunden. Mensch, ich find keine Blumen mehr. Da kriegst du dann schon doch einen leichten Rappel. Und übrigens, wir sind schon wieder bei 15 Minuten. Bei 15 Minuten des Troll-O-Rolls, ey. Nein, ey, geil. Aber ich hab schon wieder acht Pieces. Ja, ist... Boah, Mann. Kann bitte lieber Fiete Beast-Service. Jetzt hör doch echt auf zu regnen. Ich bin Hexed, Junge. Das hast du jetzt schon voll oft gesagt. Lieber... Aber jetzt hör doch bitte auf zu regnen. Mann. Dieser Schnee ist echt abwechselnd dagegen, ey. Weißt du, kriegst du echt... Wir sind ja jetzt wieder bei 15 Minuten, sagst du. Ja, hab ich ja schon... Hab ich gesagt. Wir sind schon bei 16. Gut, dann würde ich sagen... Dankeschön fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Regen, 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 Regen und Regen. Und ähm, ja. It's raining, man. Halleluja, it's raining, man. Und ja, dann... Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut und tschüss.